So, alle Damen und Herren, machen wir weiter mit Far Cry 5 in der dritten Aufnahmefession, in dem dritten Gebiet. Ich lade auch gerade schon die anderen Videos hoch, die 15 Videos. Ich sehe die Böcke. Ich sehe die Böcke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe mich erst mal auf Privat gesetzt, also ich mache jetzt gerade mit uns 10 bis 15, die ersten Mal habe ich ja schon. Hallo, Waffe und nicht die Faust. Waffe und nicht die Faust. Da ist so ein Fall rätst du gleich instant, weißt er. Eigentlich habe ich jetzt schon dadurch schon keinen Bock mehr, ne? Wenn wir schon die ganze Munition haben, Ballad. Wegen so einer Bullshit Scheiße. Das Helikopterhunde ist dann schon neuerdings wieder runter, ne? Also nur noch reulich so ein Spiel. Ja. 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 ASEL Dassel Sie Was Entzen ist Sie Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, genau. Ja, jetzt ist hier ein Stein natürlich im Weg. Als wenn ich mir das jetzt antur, ganz ehrlich. Das war's für heute. Das war's für heute. Warning, this is our final class. We must prepare for what comes next. We must prepare for the new evil. We must know your purpose. Do what needs to be done. Let's sacrifice. And when the moment finally comes, we will be ready. Mother Nature doesn't care who you are or where you came from. She eliminates without conscience and empathy. Always the strong survive. What's the use to be? Scientists have been doing amazing for ages. But they've done it all wrong. They've made us soft. They've made us complacent. They've made us sick. But when the farmer breeds his animals, he segregates them according to their traits. He disgars the disease and the inferior and the weakens. We must receive an intense attack. We must discuss the moral of the mafia. We must call the herd. We must call the herd. We must call the herd. Das war's. Wo ist der jetzt? Irgendjemand steckt noch Das ist noch einer Hier fehlt immer noch einer Ach, da hinten steht noch einer So, den kannst du geholen Wir sind wie die Farmer So, weil ich das Tiefrei geschaltet hab Ich muss eigentlich gucken Das war's für heute. Wenn du hier rauskriegst mit dem Kult, aber ich glaube, du kennstestest, dass du mein Uncle Dutch schon kennenzulierst. Schau, ich habe nicht viel Zeit, ich werde gleich auf den Punkt kommen. Ich war auf dem Weg von einem Jacob Zealots. Er geht mit dem Namen, The Cook. Ja, das klingt so schrecklich. Aber glaube ich, das ist ein Gewalt. Ich habe fast ihn unterbrochen. Aber eine Peggy-Patrol hat mich aufgenommen. Ich brauche deine Hilfe. Wir können diesen Weg nicht so kalt werden. Wenn du einen Huck-up mit den Wight-Tails hast, dann könnte das dein Weg in sein. Wenn du sicher bist, dann würde du eine schwelle Motherfucker in die Grave legen. Ich muss jetzt gehen. Ich habe schon zu viel Zeit verloren. Ich fahre mich. Hier. Ich kann aufs... Das Recht ist noch liegen. Ich kann aufs... Ich kann aufs... Ich kann aufs... ... ... ... ... ... ... Das war's für heute. die treibende noch um die büte 4 8 12 16 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Okay, let's do this But keep your head down They spot us, those hostages are dead Here we go! Watch that cougar! Damn it! Got one! Yeah, Bratino will be okay Okay, okay! So, ich muss einmal kurz den rufen und fortfalten die Überheberrechtsverletzungen, die wir einmal stumm schalten, hoffentlich eigentlich keine Auswirkungen haben, mache ich sie grundsätzlich gerne einmal weg. Das heißt, da habe ich nicht dran gedacht, das heißt, wenn man das sieht, es wurden manche Stimmen geschaltet, also grundsätzlich immer da Musik zu hören war. Ich weiß gar nicht, ob ich auf der Konsole hatte, obwohl müsste der HDCP eigentlich aktiviert sein. Wir sind auch dann gleich praktisch mehr oder weniger in der Nähe von Cheeseburger und von Perk. Gut, wir sind schon bei 6.000 Euro von 10.000 Euro. Hatte sie unten mehr? Ja, sie hätte 13 Euro. Ja, sie hatte auch 13 Euro. Dann geht er jetzt hier am schnellsten. Ja. 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 Ich meine, das war so, was ich noch vergessen habe. Mittwoch, den 10. April 2024. 20.04. Es konnte 20.00 abziehen. Oh, ich hab, wo ich angefangen habe. Das heißt 1944. Das war's. Ich hab, wo ich mich nicht. Ich hab, wo ich mich nicht. Ich hab, wo ich mich nicht. Nach drei Tagen wurden sie so zufrieden, sie mussten sie mit ihren eigenen Piss zu essen. Aber die Kinder wollten sie nicht. Die Eltern haben das gegründet. Die Eltern haben das gegründet. Die Kinder haben das gleich wieder aufgelenkt. Die Küche aus der Zeit nicht. Die Eltern haben das gegründet und die Eltern auf die Piste unter der heißen Sonne. also geht hier lang nur glück haben die man wahrscheinlich genau in diese richtung we're gonna execute them take point i got your back remember if they spot us those people are dead on sein Ich weiß, wir sind sehr loud. wir haben auch jetzt immer die eigene galte anschossen wir sind auch jetzt kommen wir auch hier hierhin. Entweder hier unten oder hier oben. Ich glaube aber hier vorne schon am Wasser. Das kleine Pigge ging zum Markt. Und der Blut war wie ein verdammt Fossett. Der Koch hatte einen großen, großen Hügel auf seinem Gesicht. Als er die kleine Pizze zu den Kindern gab. Okay, wir gehen am Wasser vorbei. Okay, okay, dann gehen wir hier oben hin. Okay, 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 okay. Okay, was gibt die für einen Weg, ne? Also ich wäre hier und wäre einfach da reingelaufen. Okay, please. Their souls are plagued by filth. So he cooks them with the flame. Burn! Burn with the light of our father! I'm moving! That's a better death than that piece of shit deserved. Copy that! Look out! Ich muss ja mein Hühnchen retten. Die alte kann auch mal hier runter kommen, ne? Okay. Okay. Bech was right. Cook's dead and... I don't feel anything. All I ever wanted was to find this guy. And now... I don't... I don't know what I'm supposed to do. Betcha's been right about a lot of shit lately. Colt. Eli. Maybe he's right about you too. You... You, uh... You, uh... You need someone to watch your back? Call me. And, uh... Thanks. For everything you've done. What up, sister? Hey, deputy. That niece of mine. She don't make friends easy. But if you want things done quickly and quietly, she's your girl. Keep her safe for me, okay? Hey. She's been through a lot. Actually, I can only do it between... Herc and him... I'm... This is Wade over at Fang Center. Uh... Hey, look. Machio nicht. Machio muss jetzt rechts von mir sein. Ach, da ist er. Wir machen es ohne den Boden. An der Boden war es direkt an. Die Boden bewältigt man sich an. In der Boden gibt es die Erde die Erde. Geht es nicht mehr. Die Erde kommt an. Jetzt ist es weiter. Was ist das? Was ist das? Weil wenn es da sonst wie das darum geht, zum Beispiel wird man nicht nur als Play innerhalb von drei Tagen oder drei Sessions durchgeführt haben, das ist schon lange her. Das habe ich mir ja extrem lange Zeit gelassen. Wie gesagt, fahrt gleich von 50 nach lang wieder, dass ich mal innerhalb von drei Tagen das Let's Play durchgebrüht habe. Das war die Frage von ihnen. Wauw, Ahnung, ich vais niemals aufwärts. Ich war hier unter Verwalt. Hier habe ich mich in der Mitte. Die Sedition ist niemals vor allem. Während eschmergert, der Ongel qualidade ist mit mir. Ja, das ist weg. Ich werde mich stärker sein. Mein Name ist Stepney Stacey Pratt und Helpfammer. Und ich werde Träge, ich werde mich töten und ich werde den Namen der Vater und den Projekt werden. Oh Lord, what will you lie? We'll be safe and down tonight! Oh Lord, Sean go right! Oh Lord, what will you lie? Oh Lord, I'm not trying to. Oh Lord, I'm not trying to. Oh Lord, I'm not trying to. Was ist das? irgendwo ist noch einer ich weiß nicht, was ich einen tollen wissen Sie, wie ich sage, ich will ich will, was ich weiß, was ich ist ich weiß nicht, was ich weiß nicht Ich bin Stacy Brad, bin ich im Hof-Count Sheriff's Department und ich möchte mich überlegen, dass ich mich überlegen Ah, der Bär müsste auch hier drinnen sein. Das ist Wade, hier in der Fan-Dur. Der Projekt ist in Jeopardy. Ich will diese Coward wissen, dass sie meine Befüße haben. Meine Hunters kommen für dich. Kein Ort du kannst du gehen. Was ist ein Gehütter? Hunters? Das nicht so gut ist. Wenn Jacob dich will, er wird seine Bestand nach dir schicken. Ich denke, das ist ein bisschen zu früh, ne? Aber ich denke, der Cheeseburger ist noch nicht so gut. Ach, ich habe noch nicht. Du bist verletzt, bist du? Du bist verletzt, bist du? Ich werde da sein. Ich werde das Mal weg tun. Töne, ich werde das Problem sagen. Ich werde es nicht traune durch. Ich werde es nicht traune. Das war nicht. Ich werde nicht traune. Ich werde das Problem machen. Das ist gelt. Wenn du zack. ja kommt der war unfair der schuss war unfair der schuss war Die Welt ist schwach. Wir haben vergessen, was es zu sein, zu sein. Ihr wisst, unsere Heros war die Gottes. Und jetzt sind unsere Heros und sie sind schmerz, 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 schmerz. Wir lassen die Schmerzen auf die Powerful und dann sind wir schockt, um zu finden, sich zu schmerzen. Aber die Geschichte weiß den Wert des Sacrifice, der der Herd zu sein, damit es sich stärker ist. Und wiederum, die Hüfte der Menschen hat den Hüfte der Hüfte der Hüfte. Das ist wie wir überfügt, wenn wir uns vergessen. Und jetzt, die Billen hat erneut. Jetzt, die Chlorz ist auf uns. Und in dieser Zeit, die Hüfte der Hüfte der Hüfte der Hüfte der Hüfte der Hüfte der Hüfte. And when a nation that's never known hunger or desperation descends into madness We'll be ready We will Call the herd We will do what needs to be done We will do what needs to be done We will do what needs to be done Train, hunt, kill, sacrifice Train, hunt, kill, sacrifice Train, hunt, kill, sacrifice I don't want a mess Will you check those chairs? I don't want a mess I don't want a mess I don't want a mess Yes, sir Oh my god I'm so sorry Give me a hand, kid Going to me Is this? Yep What the fuck is the deputy doing here? Jacob took his shine to us Same as us You're gonna be okay, hero White tail's got you now We're bringing him back to the wolves then? Where else? Tammy's not gonna like this Don't worry about Tammy She'll be fine I'm gonna drink this I'm gonna drink this Are you out of your fucking mind? Now hold on Weedy and I agree Oh, you agree Whoa, whoa, whoa I was the best and impartial observer This is stupid And this is dangerous You both know better What was I supposed to do? Leave him to die Tammy They've been in that room For God knows how long I've seen what it does to people You haven't You can't trust this one That's what everyone said about you Luckily, I didn't listen This is not up for discussion We need him That's all there is to it Understand? You're right She took that real well Without He didn't do anything I meant what I said We need you To give you some rest What's up, boo? Don't worry It's okay Man, you look like shit Oh shit You're up Eli needs a word with you You need too many good for friends out there Hi, ma'am The fuck Whatever you do Whatever you do Don't please this Don't try this at home Don't try this at home I can't do anything 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 There you are I'm trying to drive you down, deputy Dutch speaks highly Look, I get right to it I know what you did down south You got the father thinking twice now And that's good for us We're bleeding bodies up here No two ways about it I don't know if we'll be able to hold out More than a week at this rate Times are desperate, to say the least I'm trying to get some footholds back So I sent a handful of whitetails out To sabotage the visitor center The cult's been using it as a depot For that bliss shit But our guys walked right into a fucking trap They've been taken hostage And we're up against the clock If I just send another group in there We risk losing everything But you You're something that cult ain't expecting You're the only one I got around here Who can handle this, Depp Only one I trust to handle this I'm counting on you You'll need to go in quiet Cult gets windier around They're liable to kill our people There's a bow on the table if you need it Get our people back, Depp Good luck I got great night So I trust you their best work at night Just be a good little bomb Don't go boom until I say so Hey, Sturge This is Wayne over at... I will first have my panda I will first have my panda I will first have my panda Bye, Bugga Bye, Bugga I'll see you next time Bye, Bugga First thing you learn Which ferry can you take to... Hey, Deputy How'd I check in? Lost a couple of patrols last few days Walker, you remember him? Guy with a stutter? Well, he's MIA now Just... Watch your back out there We can't afford to lose you two We can't afford to lose you two That's a rad cougar you got there I'm just... You need a bear Throw cheeseburger some salmon And he'll be eaten out of the palm of your hand Oh, no! Cheeseburger! No, no No, that's... There- You don't... No... No, no... That's a menace I'm not... That's a menace No! Ernsthaft, dass die Bärne... Ich hab die Geiseln nicht getrüttet. Man, ich hab das immer... Das immer. Ich hab die Geiseln. Ich glaub, das Flugzeug muss das Spiel auch noch mal klonen. Aber ich weiß jetzt noch gar nicht mehr. Ich hab die Geiseln nicht mehr. Ich hab die Geiseln nicht mehr. Ich hab die Geiseln nicht mehr. So, Halt L1 gedrückt und Drücke 1 um die Werkzeugrad zu wechseln. Und Drücke 3 um die verfügbaren Fliegen durchzuschalten. Drücke 3 um die verfügbaren Fliegen durchzuschalten. Und mit dem die König der Fische erhaltene Fliegenkurse. Mit der Zeige gedrückt und auszugelassen. Wie gesagt, Schuhe als Zodipoder zu halten. Wissen, Schuhe als Zodipoder zu halten. Schuhe als Zodipoder zu den fliegen. Die Fliegengeistung ist das, was ich in der Nähe des Zodipoder zu machen... Und die Fliegengeistung ist das, was ich dafür noch mal mit mir gestellt... Was ich ben 찌 redo... Ich habe die Wissen, die in der Nähe des Zodipoder zu werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 So, aber an dir, Schell, meine Damen und Herren, mache ich den ersten Cut, sag danke fürs und bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.